Soooo Er hat da unten Bäume gefarmt und die Stämme legen gelassen Stop me Es ist dekorativ Hallo Alter ich hatte nur noch tausend Er ist fast runter gefallen Ich brauch zwar noch kurz, aber das ist wichtiger Weil der jetzt lehrer ist So Ähm Weee Weau 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 So Weau 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 Una weau Unten der Raum ist gleich fertig Ah ticca Ich möchte auch schlafen gehen. Okay, dann gehen wir schlafen. Puh, da bist du... Ey, ich trinke gerade. Wo ist das Bett hin? Links. Links in der Wand ist dein Bett. Wo ist das Bett? Hä? Woher darf denn jetzt das Bett her? Oh man. Da bist du auch gerade erst aufgestanden. Nein. Doch hier gerade. Ich bin wach seit 9 Uhr. Ich meine jetzt gerade hier. Hier fehlen Kabel, Julian. Ich wollte landlos fliegen ohne mein Jetpack. Nice. Flieger. Ja, warte, ich habe einen Gefehlkabel. Ja, woher Kabel? Ich habe Kabel. Wo denn? Hä? Wo steht da jetzt Kabel? Achso, ich hatte keines mehr. Ich hatte keines mehr. Ja. Aquafix. So, äh, der Harvester war... Aquafix. Das klingt voll wie irgendeine... Reinigung. Reinigung. Oder wie einfach so Wasser. Wobei, ne. Doch, ja doch schon. Die neueste Aquafix. Damit könnt ihr nicht... Das klingt wie ein Hochdruckreiniger. Können auch trinken. Stimmt. Das stimmt doch. Stimmt. Aquafix. Warum sind hier so viele... Fix mit Aqua. Was? Nein, warum sind hier so viele Mobs? Julian, du musst dich mal besser ausleuchten. Hier alles. Ja Julian, schieß mal Fackeln aus, deine Arschle. Was? 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 Ich hab noch eine Stunde. Dann will ich mich fertig machen. Okay. 16 Uhr. Okay. Ja. Und um 5 Uhr geh ich zu meiner Freundin. Und um 6 Uhr fahren wir los in die... ähm... Wasser... Wasserluftdampf... ähm... Nach dem Hotelbesuch fahren wir los. Nochmal ins Hotel? Äh... Gehen wir weiter. Gehen wir irgendwie diese 8 Minuten. Treffen Freunde. Also zwei Freundinnen. Und mit den zwei Freundinnen fahren... kaufen wir uns Ticket. Fahren weiter. Und gehen dann in die Disco. Und... ja, dann suchen wir einen 18-jährigen. Wenn wir keinen 18-jährigen Fragen haben... Nehmen wir einfach... äh... nimmt uns der Freund von... meiner Freundin mit rein. Und... Wann... Werden wir LED-Party machen? Nice. Klingt am Plan. Ja man. Fucking LED. Da kommen LED-Roboters. Wuh! Wuh! Äh... Willst du da ist diese LED-Farbe? Dann schmiere ich mir Armeestreifen ins Gesicht, man. Okay. Okay. 4, 4, 5, okay. 4, 4, 5, okay. Hallo. In weißes T-Shirt. Hallo. Heil... Was? Heil... Heil... Ist es egal wo der Plant dahin guckt, David? Nein. Du musst nach oben gucken. Der muss nach oben gucken. Das heißt ich muss den von unten planten, ne? Ja. Ja. Finca. Ähm... Ich habe mich heute mit einem Franzosen unterhalten. Das ist richtig. Ich wollte mit mir schlafen. Das ist richtig. Hat er zumindest so gesagt. Ja. Warum sagt Michael auch so, ne? Warum sagt Michael auch so, ne? Du auch so. Weil ich mit dem CSGO-Match drin war. Ah. Das hat niemand gesagt. Doch, Nicole gerade. Das ist richtig. Aber ansonsten... Hallo. Glaube, Nicole. Geht's, Julian. Ich glaube, der Zusammenhang zählt Nicole einfach nicht. So. Außer, dass du Nicole glaubst, ist ja klar. Beziehungsweise, dass du mir nicht glaubst, ist klar. Ja, das ist... Bei was glauben? Von Anfang an klar. Du bist so langsam. Bei was glauben? Bei deiner Aussage gerade eben. Bei welcher Aussage? Bei welcher Aussage? Ja, das... Wo was geht's? Keine Ahnung. Über irgendeine Aussage glaubt ihr dir. Das war nur zu erwarten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Aussage sehe. Aber es war bestimmt wichtig. Oh mein Gott. Alter. Der... Der Sand- und Wasserblock da sieht aus wie ein Schlumpfkopf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte das Gold-Upgrade ja auch einfach von oben reinlegen können. Oh jetzt... Oh jetzt ist runtergefallen. Puk. Pukuro. Was? Pukuro. Puk. Pukuro. Puk. Pukuro. Julian ist gerade in... in dem... Was? Julian ist gerade in... Pokémon Match drin gefangen. Du-du-du-du-du-du-du-du... Der hat mir was auch gehört. Das war die Musik, die gerade nebenbei läuft. Aha. Ich hör auch immer so ne Musik. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Puuuh. Puuuh? Hast du kaka gemacht? Was? Fuh, hast du Kaka gemacht? Hä? Nein, Fuh habe ich gesagt nicht Fuh. Pick dich! Ich habe gesagt Fuh nicht Puh. So. Fick die Creeper! Genau das ist mir auch gerade passiert. Ich habe mein Laserschwert aus Versehen deaktiviert und dann auf den Creeper draufgeschlagen. Nein. Scheiße. Ach darum ist das kaputt. Du bist so eine kleine Missgeburt. Warum? Warum passiert dir auch sowas? Ja ist sowas. Ich will mir sowas nie passieren. Damals wird sowas ja nie passieren. Niemals. Was war das denn bitte? Ich will Batman. Ich will Batman. Wirklich. Ach, tue mir leid Leute. Aber die meisten sind in echt wirklich auch so. Also alle fast. Also wirklich alle meine ich. Mit wem redest du gerade über was? Mit deinen Zuschauern rede ich über die wir in echt sind. Wir sind genau in echt genauso wie hier. Ja, das ist das Problem. Also ich verstelle mich nicht. Nur nicht so dumm. Mehrland vergewaltigt kleine Kinder. Und schlau. Alles ist in WeLive auch so. Wir schießen in WeLive auch immer auf irgendwelche Menschen. Äh. Es ist ja los. Es ist ja los zweiter Hitler. Genau. Wie ist denn WeLive alles so? Ja, Mann. Ja, Mann. Komm, wir sollen mit Wasser töten. Er wird der nächste AfD Parteivorsitzende. Oh, ganz schön viel Wasser. Damit das Atomkraftwerk nicht in die Luft fällt. Was? Ich finde es ein bisschen erschreckend. Ja. Wie sogar manche aus meinem Freundeskreis, weiß ich, ich hab... Freundeskreis? Freundeskreis, Alter. Was habt ihr jetzt Wort Freundeskreis? Du hast Freundeskreis gesagt. Nein, ich bin doch kein Schwarzose. Auf jeden Fall. Ja. Ja, doch bist du. Ähm. Auf jeden Fall. Wir haben über das Thema AfD geredet. Das war ja da, wo die Wahlen so krass waren für die AfD. Weißt du? Ich finde es krass, weil ich dachte erst so, ja. Mein Freund, mein Freund würde ich auch so sein, Alter, wie kann das so sein, weißt du? Aber ein paar habe ich tatsächlich gehört, die meinen so, ja. Ist ja auch gut, was die machen. Ich hab mir so, Alter, what the fuck. Ja, davon habe ich auch ganz viele in der Klasse. Einer, mit denen ich früher gezeigt habe, auch viel, der hat, der ist jetzt die WhatsApp-Gruppe und die Community geliebt, weil er irgendwie jetzt gesagt hat, dass er so richtig Nazi-haft ist. Weißt du, die ganze Zeit nur so Nazi-Zeug. Und er hat die ganze Zeit mit einem Türken gespielt, also. Naja. Okay. Was mit dem Türken gespielt hat, ist jetzt irgendein Zusammenhang? Also, hä? Ist das, äh, also hä? Ich bin verwirrt. Ach so, jetzt mal. Ja. Ich bin... Ich bin... Den hat es mal wieder nicht kapiert. Nein, ich dachte erst... Ich dachte erst, äh... Es ist voll blöd, dass man nur eine Wasserquelle aufnehmen kann, Mann. Das ist tot... Ah! So, mein Schrubber! Was ist dein Penis auf den Tisch, oder? Was der fuck? Genau, richtig. 100... 100? Ja! Boah Julian, du bist so pervers. Kann mir jemand noch drei Eimer vorbeibringen? Immer noch. Wenn ich drei Eimer hätte, dann ja. Für dich immer. Für dich ja nicht, für dich immer. Dankeschön. So. Ich hab gerade versucht mit einer Moskita einen Baum abzubauen. Ups. Kompetent. Du hast auch schon mal versucht mit einer Hand einen Baum abzubauen. Ja, das macht jedermann. Ich weiß. So. Erinnert nichts an der Tatsache. Loy. Cool. Was ist? Nichts, alles gut. What's up? What's up? What's up? What's up? Was up? Der ist echt toll, der Turm. Danke, ist Cobblestone-Turm. Echt? Da ist Cobblestone drin? Krass. Ich hab' ich fast gar nicht gesehen. Solider Cobblestone-Turm. Sieht solider aus. Dankeschön. 16. 16! Oh. Absolut gut gemeint. Er drückt mir einfach 16 Eimer rein. Schöne. Oh. Oh. Eimer Tatsache ist voll. Ach. Schauen sie jetzt den Cobblestone weg? Ja. Wie hast du eigentlich den Plenta angeschlossen, David? Komm hier runter, dann siehst du es. Du musst nicht mal mehr fliegen. Du wirst genau eingestellt. Ach da, Moment. Alter, ich sehe gar nichts hier unten, Mann. Ja, setzt mal ein paar Fackeln. Ja, da kann man gar nicht so viele Fackeln setzen. Nein. Sag dich, setzt richtig viele Fackeln. Bam. So, äh. Was ist doch genau eingestellt? Was? Moment. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. So. Äh. Ne, da komme ich nicht rein. Ah. Ich habe noch nicht mal übrigens die erste Aufnahmesession gerendert. Bing. Ich will erst mal Folge 14 beim Rendern. Da, so. Ähm. Was hast du hier eingestellt? Ach so, man zieht dann automatisch nur Step-Links da raus? Ja. Ach so, lol. Da können nur Step-Links rein. Ja, weil, äh, das ist, im E-System zieht dann auch nur Step-Links, äh, raus? Ja. Ach cool. Kann ich jetzt auch noch irgendwie einstehen, dass nur Rubber-Sat-Links da reingezogen werden? Ja. Wo? Dem du ein Rubber-Sat-Links da hinlegst? Ne, dem du auf Blacklist gehst, oder Whitelist, was da immer. Und wer, bei welchen denn? Also jetzt muss ich einen neuen machen, ne? Einen neuen Anschluss wahrscheinlich, denke ich mal. So. Ja. Ja. Hier gibt's. Du kannst auch im E-Export basteln, dann kannst du einfach die rausnehmen, fertig. So, jetzt werden nur noch Rubber-Sat-Links. Also ich wollte, ne, ich wollte jetzt die eigene Farm für bauen. Ach, jetzt hab ich den Sapling rausgenommen. Ja, ich, ist, ist okay, Moment. Ja, tu, ich geh ja Rubber-Sat-Links raus, fertig. Ja. Das heißt, ich brauch einen ME-Import-Bass, ne? Äh, Export. Okay. Du willst das ja aus dem ME-System in dieses... Hast du jetzt einen Sapling, oder brauchst du einen? Ne? Brauchst du jetzt noch einen Sapling? Ich habe neun Stacks Saplings in diesem... ...Planter. Also was, also was brauchst du jetzt noch mal? Ach, Julian. Import oder Export basteln? Export. Import über in das ME-System reinbringen. Was ist das zum Beispiel für die Kiste? Ja, ja, ja. Ja, macht's. Ähm. Export basteln. Wow, das Ding ist jetzt innen drin, wo es gefüllt wird. Beautiful. Beautiful. Ne ME-Kabel, ich brauch mehr ME-Kabel. Blblblblblbl. So. Quarzfeiber. Und Redstone. So. Dann. Brauche ich... Okay, okay. Das geht ja alles noch. Okay. Und dann Redstone wieder. Vier Steine und Holz. Ich habe deine Mimme. Er hat sich ein Glückwunsch. Wird. Okay. Ich habe ein Swimmingpool. Yeah. Oh, yeah. So, Quarzcuttingknife, Redstone, Gold. Und Silikon haben wir bestimmt noch, oder? War klar, dass wir nichts mehr haben. Ähm. Dann brauche ich dafür Quarz. Ein Quarz, das. Eine Rutsche. Tschö. Chaa. Chaa. Gut, Jürgen. Hm? Warum lachst du, Julian? Nee, ich habe ja gar nicht gelacht. Was? Wann habe ich gelacht? Im Moment, wann habe ich gelacht? Hm. Wo ist es denn jetzt da? Fuck. Nein, ich war anders. Oh. Ah, nee, da. Ich war Quarz oben unten. Oh, Quarz oben unten. Ich war Idiot. Ups. Quarz. Ich glaube, ich habe mit dem Glas eben irgendwas verwechselt. 9 hat keine Mitte, ne? Oh. Äh, doch. 5. Der 5. Der 5. Block. Nein, dann ist es 5 und 9. Äh, 5 und 4. Hä? Ja, wenn du doppelt irgendwas machen willst, dann nein. Wenn du eins zu machen willst, dann ja. Was möchtest du machen? Gar nichts. Was möchtest du machen? Gar nichts. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, was du machen möchtest. Gar nichts. Okay. Was möchtest du machen? Okay. Ähm. Den Exportbass, wo muss ich den jetzt anschließen? Einfach mal, weil die kann ich einfach mal an die Leitung. An das Ding, wo das rein soll. Ja, aber genau. Okay. Also an den Planter in deinem Fall, wenn du hier im Planter gebaut bist. Scheiße, jetzt muss ich mich irgendwie da drunter bauen, ne? Ich habe keinen Bock die ganze Zeit da rumzufliegen. Hast du da, Julian? Ich baue mich da drunter. Hier ist der Planter. Jetzt ist das Moment, wenn das ME-Kabel von... Da kommt dann... Mensch. Warum schreibt Luca mir Mensch? Schreibt Luca dir Mensch? Der hat einfach nur Mensch geschrieben. Mit Fragezeichneter. Vielleicht hat der vielleicht wieder was getrunken. Ja, er schreibt mich jedes Mal jetzt an. Will er ja aus Österreich irgendeinen Stapse trinken. Okay. Hä? Wo schreibt der mir Mensch? Oh, ich kann nicht zurückschreiben. Scheiße. Gut. Ja, ich kann nicht im Steam-Mobilet zurückschreiben. So, mein Teil ist jetzt fertig, auch von innen. Es ist wunderschön. War gar nicht verschwendet, aber ich fand's schön. Kann man auch von ganz unten abkommen. Bin auch... Ich war auch gar nicht verschwenderisch. Ja, dein Steam-Mobil ist schön, als ob du für halbwegs von uns verbrauchst. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, dafür, dass es ein Komets-Turm ist. Ich setze mal ein Feuerzeug-Kinder und dann war's das für meine Augen. Jaja, du musst mal unten reinfliegen, nach unten. Nach ganz unten. Moment, warte, ich brauche ein volles Jetpack. Moment. Warte, ich möchte mit dir mit viel überhauen. Julian, kannst du ein paar Fackeln hier mal setzen? Julian, mach doch mal richtig! Warum ich eigent mich? Mach doch mal irgendwas richtig. Warum muss ich eigentlich Fackeln bei dir setzen, wo du baust? Das wär's jetzt. Mach das mal richtig, Julian. Der Junge macht nie was richtig. Ich warte, Julian, auf mich. Jaja, wir könnten eh noch schlafen haben müssen. Warum ist hier ein FCF? FCF? Was ist ein FCF? DF-Sprayer. FF-CF. Schiff. So, auf, äh, Whitelist oder Blacklist? Whitelist, ne? Warten. Kein Fult, nein, zu. Ach. Oh, Dr. Double. Ja, was ist? Nichts. Wo gibt's überhaupt, wo du Whitelist, hä? Gibt's nicht, hab ich grad selber gesehen. Achso. Das ist die andere Version. Das ist ne andere Version, wo es das gibt. Du musst einfach nur das Item reintun, ne? Ja. Darkcatch-Better. Moment, ich bin sofort. War ganz kurz gemütet. Ja. Falls ông. It MALzas. Ja. mich lights. Bei Cbere. Is morphine selbst.